Siebenundzwanzigte März 2020 Ich stelle meine Bilder vor. Auf der ersten Stellwand ist Pirin. Drei Schjelwende Mit, Energetische Drei Ech in Rodope, Belintash, Karadjof Kamag und Krstowa Gora. Alle drei liegen in ca. 1400 Metern. Dazu habe ich ein typisch bulgarisches Haus, eine Architekturreservat in Kovacevice, Begliktash Megalit in der Nähe von Primorsko am Schwarzen Meer. Unten ist bulgarische Rose in der Rosenthal in der Nähe von Kazanlak. Rila-Gebirge, die höchsten Gebirge auf den Balkanhalbinsel mit den zwei Sonnenaufgängen von Rila 7. Sehen, oben ist Rila Kloster. Wieder Rila-Gebirge, Sonnenuntergang. Oben sind einzel sieben Rila See. Und hier sind Urdini See. Schwarzes Meer, Sonnenaufgang. Hier seht ihr noch mal Pidin, Rila, Rodopen, energetische Dreieck, Kovacevice, Rosenthal und Begliktash Megalit am Schwarzes Meer. Das ist meine Heimat Bulgarien, außer Natur. Ich fotografiere auch meine selbstgemachte, verschiedene bulgarische Traditionen. Hier habe ich zwei Brote. Links ist Albetica, rechts Falke. In der Mitte ist sehr alte bulgarische Tradition. Martinitschka, weiß und rot für Gesundheit und langes Leben. Hier habe ich meine selbstgemachte Eier mit Strumpfhose und Gras. In der Mitte ist 8. März, ich der Internationale Feiertag von den Frauen. Im Bulgarien als Muttertag gemacht. Hier habe ich eine Liste erstellt mit inspirierenden Literatur und Menschen. Für mich ist wichtig, die Leute, die meine Bilder, Beobachten, sich besser fühlen und ihre Geist, Seele und Körper reinigen. Und dabei tanken von genesenden, sauberen, magischen Energien der Mutter Natur. Dieses Stück ist einfach nur die Verfolge und die Rhodene, die waren von meinen Geist, Aber Ihre Rolle geht? Ja. Ihre Rolle geht auf Fotografie. Wir sehen uns bei allen anderen Neuesten. Wir sehen uns bei uns. Wir sehen uns bei anderen Neuesten. Wir sehen uns bei anderen Neuesten. Wir haben hier auch vieles, nachvollziehen, dass das ist, dass die Falle angegeben werden. Normaler wird ... Wir sehen uns bei anderen Neuesten. Wir sehen uns bei anderen Neuesten. Wenn Sie darüber Biograf gefertigte, dass wir so be****igte, wir nicht so leicht sind? und Propriieren die Zeit eingebauten, Untertitelung des ZDF, 2020